Hallo O2, selbst wenn ich ja remote gehackt werde, oder? Ich muss doch meinen O2 haben, oder? Mein O2 500, schon ein paar Mal ist tot. Blackview Handy, das ist das hier. Aber jetzt pass auf, ich nehme das Handy, ich fahre dann raus in den Lift und so, 50 Meter weg. Dann ist der Empfang weg, alles. Dann komme ich wieder ins Zimmer, ist der Empfang wieder da. Und was kann das liegen, wenn ich doch von dem Handy Headspot mache und hier Verbindung habe, oder? Das ist ein Blackview Pro. Ja, O2, oder? Hey, da sieht man etwas von Hydrave. Naja, sehr gut. Jetzt sehen wir gleich. Ich hoffe, damit die Sicht da ist mit 800 GB. Und bam ist tot. Und bam. Aber ja, man sieht mal die O2-Leistung. Und bam ist tot. Und bam. Jetzt kommen wir raus, geht's. Ich hoffe, wir sind, oder ich habe da noch die Sicht da oben hin gemacht. Und man sieht die Anzahl, oder die Daten. Übersicht. Und bam ist tot. Und bam ist tot. Und wenn man nur die uploadt. Die haben ja was geschrieben, als Wahlhelfer. Kriegt man dann Geld, wenn man nicht hilft, dann könnte ich dir das Geld zurückzahlen. Ja, du machst ja schon. Du helft ja im Wäscheraum. Ja. Ja, im Wäscheraum. Aber was anderes. Und zwar. Vielleicht als Wahlhelfer. Vielleicht verdienen wir ja etwas. Ja. 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 Du darfst nicht einfach deine Sachen verstellen, oder? Ich weiß. Ich weiß. Ja. Das ist auf jeden Fall der Beweis, damit diese Daten hochgeladen wurden. Diese müssen ja auf H2F drauf sein, oder? Ich bedanke mich. Obwohl das nicht alle sind. Das sind noch vor drei Monaten. Ich habe jeden Tag hochgeladen. Aufnahme ist beendet. Dankeschön. Dankeschön. Bei 0223 oder auch.